Es ist eine Nachricht, die unfassbar traurig ist. Chrissy Teigen, 34 Jahre alt, hat ihr Kind verloren. Es wäre ihr drittes geworden. Sie war im sechsten Monat schwanger. Sie postete dieses herzzerreißende Ereignis auf ihrem Instagram-Account. Wie auch sonst praktisch alles, was sie macht oder erlebt. Doch was dann vorwiegend auf deutschen Internetseiten kommentiert wurde, ist der Bodensatz der Unverschämtheit. Und das ist noch nett formuliert. Ist das nicht die dauerbetrunkene Frau von John Legend? Wer trauert, zieht sich zurück und macht keine Insta-Story. Oder auch, kann er nicht so schlimm sein, wenn sie es gleich posten lässt oder kann. Oder, keiner muss sein Leid öffentlich bei Insta posten und schon gar nicht mitgestellten Fotos. In diesem Tenor ging es munter weiter. Doch nach einer Weile kamen auch ganz wundervolle Kommentare wie dieser dazu. Fehlgeburt soll kein Tabuthema mehr sein. In der schweren Zeit, es öffentlich zu posten, beweist Mut und vor allem Überwindung darüber zu sprechen. Nicht jede Frau kann es. Es signalisiert an die Mamas, die auch so etwas durchmachen mussten, dass sie mit dieser Situation nicht alleine sind. Aber es ist nicht egal, dass man dafür verurteilt wird, wie man mit seiner Trauer umgeht. Dass man dafür sogar Verhaltensvorschriften bekommt. Und es ist auch nicht egal, das Betroffene glauben, den Mund halten zu müssen, wenn sie das eigentlich gar nicht möchten. Nur weil man das so macht. Wir sprechen viel zu wenig über den Tod. Der soll am besten geräuschlos unter der Erde verschwinden und das war's. Auch ich habe mal so gedacht. Auch ich hatte eine Fehlgeburt. Auch ich habe den Mund gehalten. Immer schön nach dem Motto, sag es bloß keinem. Ja, warum denn eigentlich nicht? Und hier und jetzt ist Schluss damit. Das ist meine Geschichte. Es passierte am 4. Juni 2017. Es hätte mein zweites Kind werden sollen. Ich war in der zwölften Woche, als mir mein Arzt lapidar sagte, dass er keine Herztöne feststellen kann. Ich bekam einen Termin im Krankenhaus. Ausschabung. Nebenbei bemerkt ein ekelhaftes Wort für ein so sensibles und intimes Thema. Doch Kinder halten sich an keine Termine, auch nicht in solchen Situationen. Also musste mich ein Rettungswagen zwei Tage vor dem Termin ins Krankenhaus bringen. Es war früh am Morgen und ich hatte schon sehr viel Blut verloren. Als die OP vorbei war, waren auch die Schmerzen vorbei. Es war, als wäre einfach nie etwas gewesen. Am Nachmittag stand ich auf und ging nach Hause. Ich wollte und musste stark sein. Schon allein für meinen Sohn, der zu diesem Zeitpunkt knapp fünf Jahre alt war. Doch ich stand völlig neben mir. Der psychische Schmerz ist eben hundertmal größer als der körperliche. Und er verfolgte mich noch viele Monate. Ja, es kam sofort alles wieder hoch, als ich den Instagram-Post von Chrissy Teigen sah. Ich heulte Rotz und Wasser. Ich weinte aber auch irgendwie mit ihr zusammen. Und ich muss sagen, es hilft. Es ist gut so. Denn es muss genauso raus wie ein fröhliches Lachen. Danke, Chrissy. Danke, dass du deine Trauer, deinen unfassbaren Schmerz mit der Welt teilst. Denn jeder hat ein Recht darauf, nicht nur seine Freude laut und hörbar zu äußern. Jede Verurteilung dafür sollte sich von selbst verbieten.